Ja, moin und recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Timberborn. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir befinden uns in der Experimental-Version von Update 6. Das grobes Thema, neue Wasserphysik und damit endlich die Möglichkeit, Aquädukte bauen zu können. Und solche Späßereien unter Wasser und was nicht alles schon gemacht wurde, große Klasse. Ich spiele auf jeden Fall noch in der Experimental, also nochmal angesetzt, einfach weil ich nicht warten wollte. Ich wollte einfach nicht warten und deswegen machen wir das Ganze. Wir sind vorbereitet dafür, dass irgendwann hier die Bad Water Wave, so nenne ich die immer ganz gerne, dass die kommen wird. Und ich möchte aber hier unten jetzt schon mal dafür sorgen, dass wir ein großes Wasserreservoir hier unten bauen können. Und dafür brauchen wir jede Menge Holz. Wir müssen mal gucken, wie sieht es denn hier eigentlich aus. Das war der allererste Baum, der ist erst bei der Hälfte. Das heißt, hier wird es noch ein bisschen dauern. Was wir aber einmal machen, ist den weg und den lassen wir wegmachen. Kommt da jemand ran? Ne, da hinten kommen wir nicht hin. Das heißt, wir brauchen hier nochmal so eine ganz kurze, kleine Straße. Jetzt sollte es reichen, genau, jetzt passt das. Und in demselben Zug können wir hier jetzt anfangen, das hier hinzusetzen. Also, möglichst viel von dem Land möchte ich behalten, aber wir müssen auch keinen Quatsch machen. Was bedeutet, also ich mache nicht so einen Zickzack. Das finde ich, ist nicht so mein Stil eigentlich. Ich denke also, wir gehen eher und da, wo der Weg ist. Genau da, wo der Weg ist, dort geht es dann weiter. Und das hier unten, das könnten wir eigentlich mit Wasser füllen. Und haben wir hier, das müsste reichen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf Stück. Fünf große Schleusen. Oh, können wir noch gar nicht, Dreifachschleusen, können wir noch gar nicht bauen. Ist aber auch kein Problem. Wir müssen ja hier erst einmal das bauen, was wir da jetzt gerade alles haben. So machen wir das. Das können wir schon mal hinsetzen. Und dann haben die da erstmal ein bisschen was zu tun. Oh, sehe ich das gerade richtig? Wir haben eine ganze Menge neuer Rekruten bekommen. Und da kommen gerade noch mehr rein. Oder? Hier, Wachstum, 100%. Erwachsensein, zack, zack, zack. Boah, delicious. Genau zum richtigen Zeitpunkt. Wir können also das hier auch einmal erhöhen. Wir können das hier einmal erhöhen. Wie sieht es denn ansonsten aus? Also, wie es wirklich aussieht, das ist nach wie vor so, weil sonst würde da noch mehr nicht gepflanzt sein. Also ungefähr ein Förster kann drei Holzfäller kompensieren. Das scheint ganz gut zu funktionieren. Die Lager hier randvoll. Das Lager quasi voll. Aber das wird jetzt auch gerade einmal leer gemacht. Und ich wollte auch das hier nicht auf einer Höhe, sondern ich wollte das auf einer weiteren Höhe. Das hier können wir ebenfalls alles zumachen. Also, doppelte Höhe. Wobei ich gerade merke... Ja, nee, 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 das passt. Ist okay. Nee, lassen wir so. Später ziehen wir dann hier den Weg hier gerade einmal... Nee, gar nicht. Quatsch. Den müssen wir hier lang ziehen, weil hier muss ja auch Wasser hin. Sonst verdorren mir hier die ganzen... Die ganzen Bäume. Da müssen wir ein bisschen Platz opfern. Ich hätte eigentlich schon ganz gerne andere Möglichkeiten, aber das wäre, glaube ich, einfach zu früh. Das würde einfach jetzt noch nicht klappen. Mit den Möglichkeiten, die jetzt hier herrschen. So, 30 Bewohner haben wir mittlerweile. Ist doch schon mal eine... Ja, ganz ordentliche, ganz ordentliche Nummer. So, also hier werden jetzt schon mal alle vier... Wissenschaftserfinderhäuser benutzt. Aber das reicht mir noch nicht. Ich möchte die auch ebenfalls noch mal bauen. Und wir müssen nämlich... Wir brauchen Wissenschaftspunkte. Gott sei Dank sind wir da jetzt nicht zeitlich irgendwie gebunden. Also das ist relativ entspannt. Und hier können wir auch keinen mehr rausnehmen. Weil so wie das scheint, sind die komplett bedient. Ja, der hat kaputte Zähne, der Dude. Ja, genau. Schleif dir mal die Backen schön warm, mein Freund. Irgendwo kann man sehen. Da bin ich mir gerade gar nicht sicher. Nur mal einfache Geschwindigkeit. Irgendwo kann man sehen, wie viele krank sind. Wohnraum. Arbeitsplätze. Bezirke. Krankenbetten, ja. Aber da habe ich nur Besucher. Entfernung zu Bezirkzentrum. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo man sehen kann, wie viele denn wirklich krank sind gerade. Nee, gibt hier... Weil das hätte noch mal... Hätte ich gerne gesehen, sodass man hier noch mal sagen kann, okay, man baut noch mal einen hin. Aber scheinbar... Scheinbar reicht das gerade. Dass wir einen haben. So, wir können hier mal mit ein bisschen mehr Geschwindigkeit rangehen. Also, sehr schön. Hier kommt ein neuer Schwung Kartoffeln. Den hätten wir auch noch mal kurzzeitig pausieren können. Den Dude. Den Bäcker. Also, hier sind die jetzt erstmal am Arbeiten. Mein Plan ist, diese Mauer, die wird komplett durchverlängert, bis hier oben hin. Hier geht's rüber, hier geht's entlang. Ja, und dann komplett hier. Und dann ist das der Bereich, der als riesiges Reservoir gilt. Und hier oben können wir dann später unsere Wasserfarmen noch hinbauen. So ist zumindest der grobe Plan, wie wir das machen können. Und nicht wundern, ich mach mir vor jeder Folge so ein bisschen Gedanken, was ich alles machen möchte. Daher, ich sag mal, grob so der Plan, was ich gerne machen möchte. So, das hier bitte jetzt einmal abhölzen. Ich weiß, 88 Prozent, der wäre jetzt bald gekommen, aber ich möchte das jetzt hier einmal hinstellen. Also, hier geht die fleißigen Bienchen, Biber-Bienchen. Also, ihr merkt auch, 22 Stunden am Anfang, überhaupt kein Problem. Überhaupt kein Problem. Kann ich also nur empfehlen, gleich die Stunden hochknallen. Weil, die laufen sowieso nur rum und haben sonst nichts zu tun. Wellbeing, da können wir wohlbefinden, da können wir noch mal ein bisschen was, glaube ich, machen. Ort der Einkehr, oh ja. Ort der Einkehr. Freibad. Freibad ist auch noch eine sehr geile Sache eigentlich. Benötigt aber jetzt so ein bisschen mehr Platz, den ich jetzt gerade nicht opfern möchte. Deswegen, ehrlich gesagt, belassen wir es gerne mal kurz dabei. Und wir brauchen ja die Punkte noch. Fällt mir gerade ein. Also, wir haben hier 570 Ressourcen. Ah, ich sehe gerade Folgendes. Mein größtes Problem ist, dass die Karotten voll sind. Was bedeutet, deswegen kann es nicht weitergehen. Ja, nee, ich habe das, das war Quatsch hier, was ich da gemacht habe. Das war irgendwie so der Gedanke, dass es cool wäre, so in der Mitte irgendwie, aber das war nicht so richtig, nicht das Richtige. Das große Lagerhaus, das hat auch unten den Eingang. Aber, warte mal, doch. Oh, vielleicht, vielleicht könnte man es so machen. Dann kann man halt nichts mehr oben drauf setzen. Dann kann man halt nichts mehr oben drauf setzen. Das wäre halt schon, äh, eine schnieke Sache gewesen. Insbesondere 250, die Ressourcen habe ich jetzt gerade auch gar nicht. Wenn wir das so machen, dann so. Wenn ich das hier hinsetze, das hier rüber setze, so hin und so hin. Dann kommt hier eine Treppe hin und normalerweise auf der anderen Seite auch noch, so für Symmetrie. Hier genau das gleiche, so. Reicht mir. Äh, das reicht mir. Das dürfen die auch, das dürfen die jetzt auch erstmal bauen. Allerdings, äh, den hier unten, den dürfen sie sofort bauen. Mit höchster Priorität. Denn hier sollen noch weiter Möhren rein. Karotten. Keine Aufgabe in Reichweite. Äh, ne, dann können wir die hier auch. Ja, die können wir auch, ähm. Die können wir auch einmal löschen. Und was ist mit denen hier unten? Ja, das war auch Quatsch. Die hätten wir auch noch mit abbauen, abbauen können. 65 Prozent. Ja. Okay, also jetzt geht es hier wieder von vorne los. Das heißt, wir haben mehr Platz, als wir, ähm, nachholzen, beziehungsweise abholzen können. Äh, nachpflanzen, beziehungsweise abholzen können. Okay. Oh, wir haben einen, der nichts zu tun hat. Äh, da haben wir sogar noch einen, der nichts zu tun hat. Der soll da erst nochmal weiter arbeiten. Das bedeutet, wir gehen hier rein. Geben den beiden hier was zu tun. Und gut ist, sollen sie da gerade einfach weitermachen. Haben die hier, ja, ja, da ist so ein bisschen Platz. Da können die die Berries noch reinsetzen. Also, interessant. Der Platz reicht nicht aus. So, dass der, äh, Förster wieder von vorn anfängt, wenn der hier geerntet ist. Also. Wir können dementsprechend hier einmal noch was hinsetzen. Was war das? Oh, wir haben eine neue Stufe erreicht. Maximalstufe. Stufe 9. Das ist sehr gut. Aber wie gesagt, das kann man immer nur ganz kurzzeitig am Anfang halten. Deich. Äh, das hier geht alles von unten. Zwei kann man nach oben bauen. Und unendlich nach unten, wenn ich, oder sieben oder sowas. Also richtig viel nach unten. Nur nach oben nicht. Also, das hier unten ist auch gebaut. Sehr gut. Da gehen jetzt die Karotten rein. Wir haben halt einfach, ähm, hier, ne? Äh, haben wir noch freie Betten? Noch zwei freie Betten haben wir. Ähm, da wollte ich nicht, dass wir aus Versehen in die Schwulität kommen. Dass wir dann das Wasser nicht mehr, äh, die Nahrung nicht supporten könnten. Weil das wäre, äh, schwierig. So, was ist denn hier jetzt Sache? Das können wir einmal wegnehmen. Und die können wir hierhin, hierhin schicken. Dann haben die da jetzt nochmal was zu tun. 99 Luftballons. Ne, 99 Holz. Gut, da ist natürlich jetzt, wir haben schon ganz schön viel, ähm, Deich bauen ist einfach eine richtig teure Sache. Das ist einfach, ist einfach so. Also, da ist auch kein dran vorbeikommen. Ähm, das hier wollte ich bauen. So, das machen wir direkt auf, dass, wenn die hier bauen, nicht bei uns irgendwas überflutet wird. Ja, der kann da noch so ein bisschen abholzen. Okay. Der hier hat dann immer noch was zu tun. Das hier ist einfach super optimal, ne. Da ist nicht so nice. Das lassen wir mal offen. Ähm, und was mit euch? Ah ja, okay. Tja, da sind wir doch ganz schön beschäftigt. Einen können wir da hinschicken. Genau, der soll nämlich genau diesen einen Baum da fällen und die Birke hier fällen. Und hier geht's auch mal eine Ebene weiter nach oben. So, dass wir hier vielleicht mal in neue Gefilde vorstoßen können. Das ist jetzt nicht so direkt zielführend, muss ich gestehen. Aber ist jetzt auch nicht so ultra verkehrt. Ja, hier habe ich eine Idee. Das könnte man so kleines Treppenhaus auch benutzen. Von zwei Seiten, inklusive nochmal hier die Bedienung hier oben. Ich stelle mir hier oben bei dem Badwater River vor, dass wir irgendwie hier unsere Industrie hinbauen. Mit ganz vielen Wasserrädern. Das hier kommt nämlich ja alles dann weg. Also, Grillkartoffeln gehen sehr zu Neige. Das ist nicht so nice. Ähm, Möhren sind da. Genau. Aber hier kommen nochmal wieder neue Kartoffeln. Okay. Das heißt, der hat dann durchgehend verbleibender Kraftstoff. 80 Prozent. Warum hast du jetzt nichts zu tun? Grillkartoffeln. Achso, weil er irgendwas geholt hat. Okay. Ist genehm. Also, Wasser haben wir auch genug. Ähm, da dürfte es jetzt demnächst wieder irgendeine Ankündigung geben. Sehr gespannt, was es diesmal ist. Warum fängt er jetzt an hier leicht zu überfluten? Wir haben nichts geändert. Die ganze Zeit war es okay. Jetzt fängt es hier an zu überfluten. Ähm, lass mich kurz überlegen. Ähm, wir... Wenn ich jetzt auf 90 gehe, geht das dann so ein bisschen zurück? Ähm... Ne, tut's nicht. Ach, guck mal, was hier... Was hier passiert. Mit dem Wasser. Keine Ahnung, warum er das tut. Die ganze Zeit war es okay. Vielleicht sind auch einfach... Sind fünf zu wenig? Ich meine, es ist eine ganz schön breite... Ganz schön breite Fläche hier. Aber dass dann fünf zu wenig sind? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, mit dem Wasser... Zwei Pumpen sind absolutes Pflichtprogramm gerade. Die kommen nicht hinterher, komplett voll zu machen. Oh, Sonnenblumen. Wir können die ersten Sonnenblumenkerne ernten. Oder haben wir die schon mal geerntet? Ist das schon der zweite Zyklus? Oh, das kann sein. Dass das schon der zweite Zyklus ist. Oh, wir haben ganz viele Jungs, die nichts zu tun haben. Das ist ein bisschen schade. Die Berries werden nicht gegessen. Weil die keinen... Äh... Keinen Buff haben. Keinen Benefit. Genau. Berries haben keinen Benefit. Deswegen werden die per se nicht gegessen. Das wäre auch schön, wenn die mal so ein bisschen sagen würden. Na gut, okay. Jetzt esse ich auch nochmal ein paar Berries oder so. Und dass das dann auch nochmal irgendeinen Benefit hätte. Ähm... Hat es aber leider nicht. Hat es leider nicht. Alles klar. Meine lieben Freunde, das war es auf jeden Fall von dieser Folge. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es ist einfach ein cooles Spiel. Es war... Ähm... Ich ärgere mich, dass ich Update 5 nicht gespielt habe. Ähm... Und ich bin froh, jetzt hier mit Update 6 so etwas Geiles wieder spielen zu können. Meine lieben Freunde, ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Ich bin froh, jetzt hier mit Update 6 so etwas Geiles wiedersehen.